Was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom, auf der Race Day 3. Herzlich Willkommen zum kleinen Real Life Video. Ich stelle mich nicht mehr vor die Kamera, aber ich wollte euch nur mal sagen, dass ich in Hamburg angekommen bin. Da hinten könnt ihr jetzt U-Boot sehen. Da ist so eine Yacht. Und das ist der Markt, das sieht das Ganze aus. Ich glaube wir sind ein bisschen zu spät, Agent. Irgendwie hört das jetzt hier gerade alles auf. Irgendwie spielt sich hier alles echt am Morgen ab. Guck mal hier, ob wir hier ein paar Fische sehen. Ja, ne, links am Start hier. Gehen wir mal weiter. Ja, ich wollte erstmal meine ganzen Abonnenten grüßen so. Aber jeder schreit einer. Guck mal, ich glaube da hinten gibt es Fisch oder so. Ist das Fisch? Aber irgendwas Geräuchertes. Auf jeden Fall sage ich jetzt, tschau, dann gehen wir jetzt mal was essen. Und ja, danke an fast 1000 Abonnenten.